Hallo zusammen, mein Name ist Nicole-Janek-Lierenfeld, ich bin Engagementförderin in Langenfeld und ab dem 1.9. wachsen wir ein Stückchen näher zusammen, Monheim und Langenfeld und wir würden euch gerne das große Team einmal vorstellen. Hallo, ich bin Detlef Tappen, ich bin Pastoralreferent in St. Joseph und Martin in Langenfeld und bin gespannt, wie das jetzt mit dem neuen großen Seelsorgerbereichsteam im Sendungsraum wird und freue mich auf das, was wir gemeinsam hinkriegen. Hallo, ich bin die Ute Merten und ich bin in Monheim die Frau für die Kirchenmusik. Hallo, ich bin der Peter Jansen und ich bin das auslaufende Modell in dieser Geschichte, denn ich bin nur noch bis zum 31. August Pfarrverweser in Langenfeld, wünsche aber dem neuen Team alles Gute und gottesreichen Segen. Hallo, ich bin die Teresa Hörner und ich bin ab September Pastoralassistentin hier in Monheim-Langenfeld und ich freue mich auf die Zeit. Hallo, ich bin der Stefan Wickert, ich bin Diakon in Monheim, freue mich auf diesen großen Sendungsraum, den wir hier haben, weil ich bin in Langenfeld-Berghausen zu Hause seit ungefähr 20 Jahren und kenne Langenfeld wie meine Westentasche. Hallo, Gemeindereferentin Britta Schöllmann, ich bin jetzt im siebten Jahr hier in Langenfeld tätig, hauptsächlich für Firmenvorbereitung und die Sternsängeraktion. Ja, wir werden größer im September, es wird alles etwas anders und ich freue mich aber auf eine Zusammenarbeit und wir sehen uns natürlich bei den einzelnen Dingen, die passieren. Bis dann, tschüss! Ich bin Kaplan Dr. Alexander Krulow. Nach einem Leben als Wissenschaftler bin ich Priester geworden und ich bin erst seit vier Jahren Priester. Meine bisherigen Stellen waren in Karls und in Bonn-Bad-Gottesberg. Und jetzt freue ich mich, in der neue Gemeinde in Langenfeld und Monheim tätig zu werden und mit Ihnen zusammen den Weg mit Christus zu gehen. Hallo, mein Name ist Sarah Sust, ich bin Pastoralreferentin. Ich bin jetzt seit knapp drei Jahren in Langenfeld. Hier war ich hauptsächlich für die Jugendarbeit bis jetzt zuständig und ich freue mich darauf, jetzt auch die Monheimer kennenzulernen. Bis bald! Hallo, ich bin Stefan Driessen, Gemeindereferent und ich bin auch für den Sendungsraum beauftragt, lebe derzeit in Monheim und bin da mit meiner Frau und unserem Kind unterwegs. Und ja, bald sehen wir uns wahrscheinlich auch hier vor Ort. Hallo, mein Name ist Henrik Land, ich bin 27 Jahre alt und werde ab dem 1. September Kaplan in Monheim und Langenfeld sein. Das ist für mich nicht ganz weit weg und kein ganz unbekanntes Terrain, weil ich aus Düsseldorf komme und somit Monheim und Langenfeld mir vertraut sind. Ich freue mich auf einen sehr großen Bereich mit vielfältigen Arbeitstätigkeiten, Tätigkeitsfeldern, besonders auf die sehr aktive Jugend hier und freue mich auf die ersten Begegnungen. Sandra Steffen, ich bin die Verwaltungsleiterin von Langenfeld. Ich freue mich auf viele nette Begegnungen. Ich bin 39 Jahre alt, verheiratet und habe einen 7-jährigen Sohn. Meine Schwerpunkte sind die Personalarbeit und die Kitas hier in der Gemeinde. Tschüss! Hallo, mein Name ist Marian Weisberg, ich bin die Verwaltungsleiterin in Monheim bisher und ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit dieser demnächst großen, großen Runde und diesem riesen Sendungsraum. Hallo, ich bin der Pastor Trimbun, bin seit 1997 schon hier in Langenfeld Pastor und bin schon ganz gespannt auf die Monheimer. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wir hoffen, dass wir eine gute Zeit zusammen haben. Gerne stelle ich mich Ihnen auch vor. Michael Hosshoff ist mein Name, 54 Jahre alt, noch, und ich werde demnächst Ihr Pfarrer. Bisher bin ich der Pfarrer von Monheim. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ihnen alles Gute! Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.